Willkommen zu einer weiteren Folge, wir rennen mal gleich in der Hose, gehen pennen. So, 24 Treppen haben praktisch für 2 Reihen erreicht. 2 weitere kommen. 3, 36, ich baue mal glaube ich 40 Treppen erstmal. Ups! 24, 32, 40, okay. Okay. Hat ein Jahr gelang, ihn besuchen wir von ihm hier an der Horsttür. Äh, Dreck, jetzt habe ich mir natürlich den Zugang hier schön kaputt gemacht. Na gut. Du nicht. So, ich glaube einen neuen brauchten wir, einen neuen Melönchen. Okay. 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 Vielen Dank. Wie kommt das Vieh da rein? Muss ja durchs Haus gelaufen sein eigentlich. Oder übers Dach und dann runter. So, ähm, jetzt müssen wir erstmal wieder rauf da. Oh, doch zu viele Treppen, egal. Die brauchen wir später eh irgendwann bestimmt nochmal. Nicht weitertragisch. So. Gefällt mir noch nicht so ganz mit der Farbe hier. Klar. Ja. 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 Okay. Ja. 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 Jetzt Die Schippen haben wir natürlich nicht dabei Na gut, machen wir uns gleich mal eine Spitze und eine Schippe Die Schippe sind die Schippen Das ist eine Schippe so da kriegen wir natürlich wieder ein blog wieder das doof so ich würde gleich gerne mal den test machen ob da hühner rauskommen aber so viele hühner haben wir noch nicht dass wir damit jetzt ewig rum spielen können das hört sich falsch an hier machen wir schon mal einen bodenbelag rein dann WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ersetze den ganzen Scheiß und dann reiße ich ihn wieder ab. Tolle Wurst. Ist der schon poliert? Ja, okay. Okay, da fällt mir ein, wo wir schon mal hier sind und Erde dabei haben. Oh. 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 Oh, wir haben keine Spitzhacke, Mist, Mist, ich wollte das Ding eigentlich jetzt weghauen. wo wir uns gleich mal Seelensand würde ich sagen können wir auch gleich ein bisschen wieder verteilen auch wenn wir dafür eigentlich ja keinen platz mehr haben die komische kartoffel der inner block was war da jetzt eigentlich noch sieht wie soll man da an der sieb drin so ist das ein creeper er hat das einfach nur sehr schattig ich glaube hier ist lange keine hexe mehr spawnd hier draußen ach wir brauchen definitiv eine Spitzsacke pack ja 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 Ich denke mal, ich werde da auch noch einen Weg rüber zimmern, damit wir nicht so lahm ausschicht darüber laufen müssen. Das mache ich aber später. Eigentlich können wir gleich zwei machen. Ich denke mal, ich werde da auch noch einen Weg rüber. Ich denke mal, ich werde da auch noch einen Weg rüber. Ich werde da auch noch einen Weg rüber. Ich denke mal, ich werde da auch noch einen Weg rüber. Ich denke mal, ich werde da auch noch einen Weg rüber. Ich denke mal, ich werde da auch noch einen Weg rüber. Ich denke mal, ich werde da auch noch einen Weg rüber. Wie ich das unten gemacht habe ich die Zäune gleich auf die normalen Blöcke gesetzt. Ich denke mal, ich werde da auch noch einen Weg rüber. Ich denke mal, ich werde da auch noch einen Weg rüber. Ich denke mal, ich werde da auch noch einen Weg rüber. Ich denke mal, ich werde da auch noch einen Weg rüber. Ich werde da auch noch einen Weg rüber. Ich werde da auch noch einen Weg rüber. Werft mich nicht. Ich denke mal, der Hauptweg wird hier so weiter gehen. Da machen wir auch wieder so ein Eckding noch. Da machen wir auch wieder so ein Eckding noch. Ich denke mal, ich werde da auch noch einen Weg rüber. Hm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich eine hohe Folgenpreise gemacht habe. Oh, verdammt. Wie ich das hasse, wie ich das immer vergesse. Ich glaube aber auch nicht. Also, spitze bedanke mich. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.